Die Hafen von der Hälfte ist sonst die Dauer der Fenster. Wir haben jetzt hoch und aus Oberflächen. Die Hafen ist schon ganz geblieben. Jetzt wird er zurückgefahren. Dann ist er nach oben. Wir haben hier in den letzten Jahren den Hof mehr. Jetzt wird er zurückgefahren. Der hat jetzt das Besucher. Jetzt wird er zurückgefahren. Das ist schon eine Stunde. Ja, der wird auch mal zur Ruhe sein. Das ist schon wieder ein paar Vorschläge, aber das ist schon ein bisschen. Darf ich jetzt? Draußen ist, sagen Sie, das läuft übrigens jeden, ja. Aber auch nur recht. Das hat der Spirke, das läuft übrigens hier. Und den Scherz.